Dieses kurze Video-Tutorial beschreibt, wie Sie damit umgehen können, wenn Ihre Dateien einen für Ilias unbekannten Dateityp beinhalten und somit die eigentliche Datei in unserem Beispiel, jetzt gleich eine InDesign-Datei, hochladen und die dann von Ilias auf .sec umgewandelt wird. Das heißt also sec für secure und das ist eine Dateiendung, bei der Ilias nicht eindeutig weiß, ob es eine potenziell gefährliche Dateiendung sein kann, die es ermöglicht, einen direkten Zugriff auf Ilias vorzunehmen oder ein Hacker-Zugriffstor einzuräumen oder ähnliches. Und deswegen ist diese Datei in der Ilias-Whitelist gesperrt, beziehungsweise nicht aktiv gesperrt, sondern einfach nicht freigegeben. Genau, ich zeige noch einmal kurz den Upload hier einer ganz normalen Textdatei, Datei hochladen und im Ergebnis sehen wir dann hier, die Beispieldatei ist hochgeladen mit der Endung txt. Jetzt versuche ich einmal eine sogenannte InDesign, Adobe InDesign-Datei hochzuladen, die ist in der Regel nicht gefährlich. Dennoch steht diese Dateiendung beispielsweise nicht auf der Whitelist und dann passiert folgendes. Diese Datei hat die eigentliche Endung indd. So, für Ilias unbekannt. Ich lade das einmal hoch und sage hier Datei hochladen. Beispieldatei 2 ist .indd und was Ilias hier an dieser Stelle macht, es packt hinter .indd beim Upload eine Endung dahinter, die heißt .sec für secure. Jetzt ist die Datei, wenn ich sie runterlade, wieder als .sec runterzuladen. Ich klicke mal auf Datei speichern und eine Datei, wenn ich das hier öffne, dann sehe ich hier meinen Download-Ordner. Von Ilias Beispieldatei .indd .sec für secure. Das heißt, eigentlich kann ich die Datei so nicht öffnen beim Unterladen. Was dann möglich ist, ist einfach hinten die Dateiendung wieder wegzunehmen. .secure und dann habe ich die Möglichkeit, diese Datei in InDesign wieder zu öffnen. Das ist sozusagen der Umweg, wenn eine Datei umgewandelt wird von Ilias, sie trotzdem noch öffnen zu können. Ein anderer Weg, um InDesign-Dateien als Beispiel hier so zu lassen, wie sie eigentlich sind, ist es, eine solche InDesign-Datei umzuwandeln bzw. zu verpacken als zip, denn zip wird anerkannt von Ilias. Ich mache das mal. Ich habe das schon vorbereitet. Genau, hier liegen die beiden Dateien drin. Einmal die Textdatei und einmal die InDesign-Datei. Ich nehme die Textdatei mal aus und habe jetzt hier meine InDesign-Datei im zip-Ordner. Und diesen zip-Ordner oder dieses zip-Archiv lade ich jetzt einmal hoch innerhalb von Ilias. Und wichtig ist, dass hier kein Haken ist bei Entzippen, weil ansonsten wird die Datei wieder in .sec umgewandelt. Upload beendet. Ich habe hier mein zip-File innerhalb von Ilias hochgeladen und wenn ich da draufklicke und öffne das, wird das entsprechend richtig angezeigt und kann auch lokal danach weiter verwendet werden. Das ist jetzt die Möglichkeit, wie man damit umgehen kann, .sec-Dateien wieder nutzbar zu machen. Und das ist jetzt die Möglichkeit, weil das hier in der Grunde wird. Und das ist jetzt die Möglichkeit, dass wir das hier in der Grunde veränderlich, wo wir mit der Grunde in der Grunde verwendet werden können. Vielen Dank.